bushcraft 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 und dieses mal von helikontext der bushcraft line ein haversack was auch immer das ist ich würde sagen es ist eine umhängetasche und wenn du wissen willst was die kann und ob es auch etwas für dich ist da bleibt dran hallo willkommen da ist der reini rossmann vom survival shop bio lebensgrund schön dass du dabei bist ich melde mich hier aus dem wunderbaren bushcraft areal auf aldola.de direkt von unserer wlanthütte schön dass dabei bist wie soll ich da jetzt anfangen heversack ich habe überhaupt keine ahnung was das bedeutet ich habe es einfach runter gelesen wo das drauf gestanden ist auf jeden fall ist diese umhängetasche für bushcraft für waldhandwerks abenteuer gedacht und wir schauen sie jetzt gemeinsam an was sie kann hier gibt es den für die fronttasche du machst hier auf und dann öffnest du mit einem griff sozusagen die gesamte tasche aber der vorteil ist dass aufgrund dieses klicksystems ich kenne das zum beispiel von einer magazintasche vom militär ja durch dies die das ist gesichert also das kann nicht aufgehen das heißt du kannst die ausrüstung nicht verlieren das geht nicht raus aber durch einmaliges ziehen hier öffnet sich der sicherungs splint und dann ja dann kann die tasche aufgeben das ist einmal ganz nett gemacht das gefällt mir sehr sehr gut übrigens das teil billigste einwerbung gibt es natürlich bei mir im shop in unterschiedlichsten farbvariationen ich habe sie nur liefern das passt meiner meinung nach am besten dazu aber gut ja so dann kannst du es komplett umklappen das auch praktisch ist damit man direkt darauf zugreifen kann ich finde insgesamt dass sich helikontext auch beim arbeiten sehr viel mühe gibt und darüber nachdenkt und so wie ich das zum beispiel von anderen großartigen herstellern kenne und halt nicht irgend nur so billigsdorfer china kacke ist die halt sich wo sich irgendwer hinsetzt und irgendwas macht halt damit man was gemacht hat sondern wirklich so konzeptioniert dass es passt für das einsatzgebiet und zwar fürs bushcraft ich sehe das für einen tagesausflug mit wenig gepäck mit wenig anforderungen oder vielleicht auch nur wenn man halbtag unterwegs ist und ja wasser mitnehmen mag wenn man einen kocher mit dabei hat und vielleicht ein becher ja vielleicht dann noch etwas zusätzliche ausrüstung ja in unterschiedlichsten bereichen ja das schauen wir uns jetzt an so gut du hast ich habe jetzt hier eine flasche eine clean cantine ja und zwar die dünne ja das ist die es gibt ja auch eine dickere und hier innen drinnen in diesem in diesem hauptfach es gibt da noch vorne auch noch ein fach im hauptfach ist hier auf der seite so ein ja ein glätt naja glätt nein ein flexicord und da kannst du die flasche an die stelle da rein platzieren wenn die dicker ist wenn die die fette clean cantine zum beispiel die geht nicht rein das muss dir bewusst sein aber das geht sich hier gut aus alles in ordnung und auch von der höhe her passt das ganz gut dann nehme ich jetzt mal raus ich habe jetzt erste hilfe set dann ich habe hier unten messer drinnen die ich übrigens auch hier mitgebracht habe weil ich einen refuel dazu machen mag das sind schnitzelmesser die es auch bei mir im shop gibt die tri tri die sind auch cool da ist noch genügend platz nach unten also du siehst da kriegst schon was rein also das ist nicht irgendwie nur so ein kleines tascher bedeutet aber auch wenn du viel rein kriegst das schwer wird und das ist dann der nachteil bei diesen umhängetaschen wenn du wirklich viel material mitnimmst wenn du viel wasser mit hast wenn es schwer ist dann hängt es halt auf der einen seite und wenn du dann weiter gehst ist es unangenehm wenn du wirklich mit dem auto wohin fährst wie man das zum beispiel hier auf dieser wielandhütte hier machen kann und dann eine kleine runde gehst dann ist es in ordnung aber wenn du da wirklich wandern gehst man will den rucksack nehmen ich sag so wissen es schau mal her klinkentin dann hier den händelmark den großen und noch einmal ein kocher das ist so ein mini kocher von wtb das gibt es alles bei meinem shop logischerweise ich gebe da unten den link im beschreibungstext und da hast du dann noch immer platz also von der breite her ist das dann alles und oben kannst jetzt auch immer andere ausrüstungsgegenstände reinbringen also das kann man ganz schön anfühlen wobei ich wie gesagt nicht der meinung bin dass das sinnvoll ist aber es würde gehen du hast dann hier hinten ein zipfach ja das ist so ein kleines zipfach das geht bis hierher das ist also ungefähr so tief wie meine finger und dann vorne ist auch noch einmal ein zipfach also hinten und vorne und das geht bis ganz runter also es geht bis bis hierher ja also da passt schon ein bisschen mehr rein wie gesagt ich bin nur nicht der meinung dass man zu viel mitnehmen soll aber zum beispiel hier würden teesackern reinpassen hier würde kaffee reinpassen vielleicht das salz oder sonstige dinge irgendwelche zutaten kann man da gut mit reinpacken und hier hinten würde ich zum beispiel meinen autoschlüssel reinpacken oder den dazugehörigen der ring verwenden wenn ich das mit karabiner mache kommt immer ganz darauf an in welchem bereich ja das sind so das ist so sind so die hauptfeatures im hauptfach dann gibt es hier vorne dann auch noch einmal ein kleines fach da habe ich jetzt der erste hilfe kit mit eingepackt weil das gehört sowieso immer mit dazu und da ist auch ich hoffe die kamera zeigt dir das recht gut und kann das aufnehmen da ist so ein flauschimausche das heißt es gibt zum beispiel und das ist von cesmenian tiger cloud das mesh pocket das modula mesh pocket irgendwie heißt das ich gebe da unten den link zu dem und das kannst du hier her poppen drauf kletten und dann hast du auch hier die möglichkeit ausrüstung zu platzieren ja ich kenne das jetzt zum beispiel von cesmenian tiger auch für den taktischen bereich die da irgendwelche holster dazugeben für die militärische einsätze oder polizeiliche einsätze taktische einsätze aber das muss ja nicht immer sein aber es würde theoretisch gehen aber ich kann auch anderwertig hier austoben es sind ist sonst kein weiteres fach hier gegeben und du hast auch da wieder einen d-ring also du hast innen einen d-ring und auch an dieser stelle ein d-ring und kannst doch hier wiederum ausrüstung reingeben ja das ist einmal das ist einmal das eine gut dann gehen wir zu den zu den äußeren bereichen du hast hier molle auf molle streifen aufgepoppt und ich finde das sehr praktisch wenn man da immer wieder mit karabiner ausrüstung anbringen kann das zum beispiel ist ein garmin ein ich würde jetzt sagen überlebenstool für den wanderer oder derjenige der ab weiter abseits der rettungsketten und mobilfunkketten unterwegs ist das ist das in reach das mini und mit dem kann man notsignal absetzen ist aber anderes geschichte wenn dir das interessiert schreiben einen kommentar dann kann ich das auch gerne mal vorstellen dass in reach das ist auch eine nette sache die man besonders wenn man hier im waldurlaub irgendwelche kurse anbieten wie halt immer das hier mit dabei haben oder auch die größere version damit man im notfall noch agieren kann und hilfe holen kann aber eigentlich ist diese iridium technologie dazu da um jetzt wirklich wenn du weiß nicht in alaska hängst aber lass uns das an einer anderen stelle beschreiben wenn du das willst hier auf dieser seite ist eine tasche ich habe da auch eine klappsäge die es auch bei uns gibt die unaussprechlich italienische klappsäge die ausschaut wie eine wie eine ich sag's nicht wie eine japanische ich sag nicht den markennamen das passt hier rein und ist hier unten zugenäht das heißt die kannst reinstecken ist alles super wunderbar geht sich gut aus hier auf der seite molle auf der anderen seite ist es etwas anders gebaut und zwar hast du auch diese tasche aber die ist offen und zwar nicht nach unten ja nach unten auch aber auch von oben das heißt hier kann zum beispiel ausrüstung rein gegeben werden die länger ist die länger ist aber da oben nicht raus stehen soll ich habe jetzt kein anwendungsgebiet vielleicht fällt dir irgendetwas dazu ein aber das geht hier recht praktisch und ist alles sehr schön gemacht gefällt mir sehr gut wie gesagt eine sehr überlegte und nett gemachte tasche für tagesausflüge maximal oder als tasche dabei wenn man längere touren macht aber dann den rucksack ablegt und dann in der gegend herum geht und den rucksack im basislager hat das ist eine möglichkeit ja oder eben wenn du zum beispiel nur so eine mini flucht magst eine mini adventure ein klein abenteuer oder drei stunden raus gehst mit den kindern oder auch alleine einfach mal so ein bisschen natur genießen ist sicherlich eine nette sache dann richtig schön angebrachter ergriff das braucht es ganz einfach hier hinten haben wir auch noch einmal eine tasche die geht auch bis ganz nach unten ja passt auch noch einmal was rein könnte man geldbörse oder sonstiges mit rein packen da unten da unten der der boden der ist verstärkt also der unterteil das ist verstärkt und auch mir kommt es vor etwas fester vom material her ist aber auch logisch weil steht man ja andauernd so auf diese position hin das umhänge element ja hat kein keinen schulterpolster was es ja immer wieder gibt das ist einfach ja so wie du das kennst vom vom gurt vom auto nur noch einmal ein bisschen fester das bedeutet bei einer jacke ist das kein problem wenn du aber nur ein t-shirt jetzt zum beispiel hast ich aber hemd auch ich habe meistens hinten an meist also ich habe meistens irgendwas mit einem kragen an genau aus dem grund damit das nicht beim hals scheuert weil das hemd etwas aufträgt aber wenn man nur mit einem t-shirt unterwegs ist könnte das hier am hals mit der zeit etwas reiben das musst du bewusst sein was aber auch der fall ist ist zum beispiel man kann jetzt hergehen und das ganze hier abmontieren und weg geben und eben die tasche nur auf diese art und weise benutzen ob das sinn macht ob das gescheit ist das musst du für dich selbst entscheiden aber es geht auf jeden fall ist natürlich längen verstellbar ist alles alles ordentlich auch vernünftig von der qualität her also alle die helikontext nicht kennen und sagen okay weiß ich nicht kann ich dem trauen ist das vernünftig ist das gut ja es ist gut ja man kann dem vertrauen natürlich gibt es noch hersteller die noch einmal einen deutlich mehr an qualität ist nicht der richtige ausdruck aber materialstärke oder sonstigen dingen einsetzen das mag schon sein und ich will das jetzt auch nicht schlecht machen ganz im gegenteil ich liebe die marke und ich liebe auch diese tasche aber das merkt man dann aber das merkt man auch im preis und das schaust dir an bei mir im shop oder gerne auf amazon ich gebe dir auch für beides den link bist du gut dabei ja und warum bushcraft linie ist überall aufgenäht bei helikontext in diesem zusammenhang diese bushcraft linie und wir haben auch einige andere dinge aus der bushcraft linie bei uns im shop also schadet dich ganz einfach um wenn dich das interessiert und das war es jetzt was hältst du von helikontext allgemein was hältst du von dieser tasche was hältst du von der bushcraft linie findest du auch dass so eine umhängetasche durchaus praktisch ist aber im outdoorbereich auch ihre grenzen hat wie siehst du das das würde mir sinnig interessieren wenn du da schreiben magst daumen nach oben oder nach unten ganz wieder magst link einerseits auf waldurlaub zu der wildlandhütte wenn du auch selbst bushcraft betreiben willst hier die tasche wenn du sie hast selbst ein bisschen herumspazieren trägst und natürlich auch zu der tasche selbst zum bushcraft haversack von helikontext daumen nach oben oder nach unten abo da lassen da geht es direkt in meinen shop ein paar andere videos zu machen es hat mich gefreut deiner reine rosmann bis bald und ciao ciao